Hallo und willkommen wieder zurück zu einer weiteren kleinen Folge von ForgeQuest. Im letzten Part haben wir das Intro durchgespielt und dieses super lange Buch gelesen. Sonst haben wir nicht groß was gemacht oder nicht was ich glaube nicht dass es etwas war was sehr erwähnenswert ist noch okay so ich würde sagen wir starten jetzt gerade wieder ein bisschen durch keine Ahnung was wir jetzt machen können Ah ich werf oh lol okay super attacke was ist hier hier kann aha okay hier ist nichts drin das ist das was wir haben super okay und wie komme ich jetzt wieder raus so escape okay super sieht aus als wäre hier der Ausgang hmmm gut wir sind ja jetzt auch was wir haben Ah ein Chicken! Ah! Warum stirbt es nicht? Ah hier unten ist noch ein Chicken! Wir sind da überall als Chairwork grad. Wer bist du? Okay Terry! Look who finally decided to drag themselves out of bed! I was going to run off to the Earth Dungeon without you! But it's no fun if I can't watch you get beat by every dump enemy along the way! Mhm! Kleiner Aschbast! Oh Gott da ist ein Chicken! Viel zu viele chickens in diesem Spiel! So Terry! Nichts! Honestly this is really eating into my day! You still need to get to the bureau! Okay! And get your paper signed before you can leave! You can... You do have your ticket right? Ticket? No! Ticket! Seriously? How can you not have your ticket? You will never get through that line! Look! Just take this ticket and get your paperwork over with! The sooner you get that done, the sooner you can get yourself killed and I can go take a nap! Perfect! So! Don't ask where I got that iron card! Fair and square! Super! Just get your sorry self over to the license bureau! So... It's just north of here! Okay! Super! Ähm... Ich würd sagen... Wer bist du? Ich würd eigentlich neben deinen Chicken reden! The Chicken Sweeper! Was ist ein Chicken Sweeper? Was ist ein Sweeper allgemein? Once? Okay! Keine Ahnung! Ähm... I once was a hero in training like yourself! Until I took a chicken to the knee! Hahaha! Ah! Wer diese Referenz kennt das! Der ist super! Hahaha! Ich find's immer noch schade, dass ich diese Checkness nicht killen kann! Warte! Ich kann... Oh! Ich kann sie tragen! Super! Schau mal! Jetzt könnte ich so einen Screenshot machen! Kann man das irgendwie? Ne! Keine Ahnung! Und... Kann... Kann... Äh... So mein... Profilbild... Ne! Important! Okay! Kann so mein Profilbild... Nachmachen! In diesem Spiel! Super! Oh! Endlich ein schöner Vogel! So! Komm her! Ich will dich auf... Yes! Ich hab dich! Haha! Ja! Dragon... Corset... Dragon ist cool! Keine Ahnung was der Rest ist! So! Wo sind hier Pads? Don't you get lonely out there adventuring all by yourself? Wouldn't you like a Pads to keep you company? Ja klar würde ich gerne! Ähm... Outfit party blablabla... Pads... So! Ähm... Ähm... Das kostet zu viel! Dahinten... Da steht anscheinend das Gold was man braucht und das Gold was ich habe! Nicht gerade super! Naja! Gehen wir wieder raus! So! Ich würde sagen wir schauen jetzt wo wir wirklich hin müssen! Dass wir irgendwo durch die Landschaft rumrennen! Was bist du? So! Captain Pepper! Heil Young Adventure! Na super! Heil! Keine Ahnung wie man das ausspricht! Haha! There is some things you ought to know before you get started on your journey! You should check out the shops around town! Ja ich kann mir nichts kaufen mit 200 Gold! Mein Gott! Blacksmith makes the best weapons and armor at this side of the forest of unpleasant smells! So! The pet shop owner is a little reclusive but she knows her enemies! Stop by there if you are the finger twiddling type! I am more of a sword and bored man myself! Ja! Super! Okay! Ich würde... Ich... Ich... Ganz ehrlich... Ich hätte es gerne... Äh... Okay! Äh... Hier müssen wir hin! Ja! Kann ich! Also muss ich... Muss ich! Ich stehe mal hinten an! Hallo! Das sind wir... Das sind wir... Das geht doch ein bisschen zu weit! Das ist der Decision auf Haskell in Hiscores und... Oh... Hm... 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 Oh Gott! The spider is covered and covered with... Hm... 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 September Mai... Okay! September 14... Äh... 1209... Äh... My research is nearly complete. I just need to find some more power of mushroom cream. Aha... From... Hero Bureau today... I have to fill out the right forms to get the potion approved. Okay! 1209... 2. Oktober... I don't think the line was... Has moved one person since I've been here. Ja, the iPad planned their food. Not... Not... Tuck... Was it? Okay... I finally reached the front of the line, but I filled out the wrong form. I have to pick up... From... 229... 229... 229... A... So... Ran out of water today. Thank... Their gods... They have a water fountain in here. Haha... Der wartet aber auch die ganze Zeit! Haha... A swarm of chickens broke through the front door today and ate the rest of my trash rations. Apparently they changed their name. Ach... Come on! Ehm... Okay, im großen und ganzen hat er einfach die ganze Zeit gewartet und hat nichts bekommen. So... You pull ticket number 512. The machine says it's a pleasure to share with you. Schön! Hallo! Eule! Woohoo! Finally someone with the right tricket number. I was beginning to think I wouldn't get one this week. Eh? Okay. Ehm... Alright, what can I do for you? Oh wait! I recognize you! Urr, the new hero in training! I saw your parents drop you off by carriage a few days ago. Ehm... 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 Mach das nicht! Geh jetzt wiederig! Oh Gott! Haha... Er drückt seinen Kopf einfach so krass rum... Das äh... Genickbruch! So... Haha... Well then! Before you can begin your adventure... Let me get your science paper... Wir sind viel zu langsam! Wir sind schon 10 Minuten am Aufnehmen und haben genau gar nichts erreicht! So... Shuffle around the paper... So... Schön! Mhmm... 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 Ja, keine Ahnung was die Terms von dem Boss sind! Mhmm... Ich habe sie jetzt nicht durchgelesen! Deshalb... Ja... AGB leset auch nicht durch! Mhmm... Also deshalb nicht durch... Mhmm... Perfekt so! Mhmm... 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 Schön! Mhmm... 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 Mhmm...